Aber was sind die Schatten damals? Hier im Party-Shack Bist du noch da? Na halt, nett Und jetzt Deutschland hier, guck mal was das wird In my game 2028 Hier, du kannst mal schneller laden hier Guck Das war's für heute. 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 Das Trito... Mal gucken, vielleicht wird's heute mal für das neue Heimtrito vielleicht. Das Trito in weiß umfärben, komplett in weiß. Jetzt auch so ein Trito. Und das Trito färben wir schön in orange. Ich glaube die Torhünnel, die werden wir lassen, die Torhünnel. Die lautet folgendes. Tormhainz. Und die wird Tormhainz behalten. Ich würde auf Tormhainz bleiben. Die Torhünnel. Also ich hab noch ein neuer Torhünnel aber... Die Klasse ja, Tormhainz lieber. Jetzt so, Alter. Jetzt so, Alter. Ich werde doch gelombiniert. Ich werde doch gelombiniert als... Ich werde doch gelombiniert. für die Europameisterschaft. Alles klar. Ich wurde gelombiniert für die Europameisterschaft. Alles klar. Der wurde natürlich auch gelombiniert für die Europameisterschaft. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay. So. Okay. So. 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 hier. Meier. Meier aber anders geschrieben. Ein Abwehrspieler. Meier aber anders geschrieben. Nicht. Wenn es der für den, wie nicht noch nass. Hat er den Sommstatt? Das war in 80. Ja, der. Oh mein Gott. Niederlande haben. Der Spieler ist 17 Jahre alt und wurde für die Europameisterschaft nominiert 28. Juni, der ist 17 Jahre alt. Äh, what? So. Ich würde auf jeden Fall bis dahin simulieren. Weil ich glaube, ab da bin ich das Finale von der Europameisterschaft. Konle, bist du noch da? Ich glaube, er ist gerade im Äschen. Ok. Jetzt bin ich gespannt. Ich will jetzt nicht wissen. ist deutschland europa meister geworden hier im game das rest ja den rest mache ich später hier nachkunden mit die vertreten und ich will auch wissen so europa meisterschaft deutschland ist hier europameister geworden oh mein gott deutschland ist hier europameister geworden und schlatt frantheich okay das würde ich mir für ein anderer fahrt auch für diese komplett hier